und wir gehen rein so kurzes resümee was ist geschehen genau wir wollen für back jerome und brian noch aufsammeln mit lilly lilly erzählt uns die geschichte ich habe die vermutung ich habe die vermutung dass stella nicht tot ist sondern im koma liegt im krankenhaus und sie selbst ist ja krank also stella ist ja wohl in ihrem echten leben krankenschwester hat man ja rausgekriegt dann elenas dharma da muss ich noch einen verschollenen schatz finden ich muss noch overbrook und jackie helfen und ich müsste eine folie im old central district finden so wo sind wir gerade wir sind in oxbury in oxbury habe ich jetzt glaube ich nichts mehr wichtiges das heißt ich könnte jetzt als nächstes das ist denn so das nächste eigentlich die graunebel gipfel in overbrook gibt warte mal habe ich jetzt gerade irgendwas kacke gemacht harmingburg profit gear ne das passt graunebel gipfel schatz overbrook fahr ich jetzt in old central district okay alles klar ende märz müsste das doch was kommen ich glaube schon und ich muss noch ein paar sachen anpflanzen und ich muss schauen ich glaube wir haben glaube ich das teuerste gericht zum verkaufen haben wir glaube ich schon gefunden das war glaube ich ist es das sauerkraut gericht oder sind es diese zwiebeln ich glaube es sind die zwiebeln war noch mal zwiebel sammeln weil damit kannst du richtig asche machen gott ist hier neblig und so ein lifehack wäre ja eigentlich auch wenn man warum gieße ich jetzt eigentlich es regnet doch ich muss nicht mehr gießen ein stengel denk doch mal nach da sind die zwiebel sammeln gibt hier ist alles abgeerntet so haben wir die schafe noch flott und da oben ist irgendwas fertig das könnten die was könnten die hühner sein ach was ich mitgekriegt habe beverly ist kein huhn beverly ist eine eule wisst ihr schon die kleine die uns das archiv hat bauen lassen und so wir gucken einfach jetzt immer rum welche welche quests wir in der nähe haben und klappern die quests einfach ab und in der zwischenzeit nehmen wir so mal ganz kurz zeit und halten unser schiff auf auf trat so ich wollte eigentlich noch eine zweite kugel einbauen weil mit käse kann man eigentlich auch ganz gut geld machen so jetzt müssten hier die bienen wo sind meine bienen ich bienen hier nein was ist denn da was lässt denn da fertig oder ist es der keller hat er mal wo ist denn der keller dass der keller nee da ist nichts drin was ist denn das mehl des mehl ist das was da oben läuft an meiner mühle aha weizen mehl so wir brauchen mehr also das sind noch zwei drin jetzt macht die ganze sache sind sondern gehen wir mal zu jackie was war denn das teuerste essen wo ist meine küche irgendwo hier oder hey man wo ist meine küche alter wenn du immer einmal nur in der woche spielst du weißt nicht wo die sachen sind ein blindfisch da ist eine küche so warte mal rezepte ziemlich weit und wir haben eigentlich so fast jedes rezept freigeschaltet zwiebel ringe zwiebel und mehl genau die dinge sind richtig der heiße scheiß so zwiebeln habe ich zwiebeln da und mehl und dann gehen wir als nämlich 1 raus und mehl es wird jemand gerufen der muss sich jetzt um das küchenproblem kümmern äh sekunde ich rufe ihn mal hallo schön dass ihr alle da seid ich habe gehört der dinge braucht hilfe ich muss jetzt mal jackie aus der patsche helfen ich stelle mir mal kurz einen timer ich habe eine viertelstunde zeit mal gucken ob wir bis dahin ein bisschen was gepackt kriegen wie geht's euch war lange nicht mehr da ich war in der südsee meine haare schon kacke aus alter man dinge muss mal dringend friseurtermin für mich ausmachen ok wir wollten zu jackie und sich um das küchenproblem kümmern ich hoffe euch geht's gut und ihr habt einen wunderschönen montagabend so mit bartmann die küche klären stimmt das das problem der küche ist hier oben na super verdammt stinker du bist tatsächlich gekommen ich wusste doch immer dass ich mich auf dich verlassen kann es ist auch schön besuch zu bekommen was ach ja miss die arbeit richtig ich habe nur so viel zu tun und um es noch schlimmer zu machen nervt frau kompliziert da oben heute noch mehr rum als sonst ich kann hier nicht weg das wäre zu gefährlich für sie hör mal die armen leute hier brauchen was zu essen sie beschweren sich schon den ganzen tag als ob sie völlig hilflos wären echt jetzt egal solltest du in die cafeteria und dir ein paar tablets mit essen schnappen völlig egal was ich meine wir sind in einem krankenhaus da kann doch niemand 5 sterne service erwarten und dann verteilt das essen dann werden sie wenigstens vorübergehend ruhe geben hoffentlich bin ich dann bis dann hier oben fertig fraß ohne spaß gehen wir zur cafeteria hier zockst du das lazy 4 remake ich bin so ein angsthase äh speisekarte nahrreicher fraß und leckerer fraß ok ich weiß nicht was ich sagen soll das servieren wir nun mal wenn dir das nicht passt musst du hier ja nicht essen hey so jetzt muss ich äh verteile das essen aus der cafeteria an drei patienten ok kann ich denen auch anderes essen geben ich kann ich kann denen bestimmt auch anderes essen geben oder was gibt's denn heute heute gibt's was gibt's denn so gutes was gibt's denn leckeres hier wie wärs mit gegrillten fisch ist das was zu essen das ist doch nur ein trick oder es muss einer sein aber es riecht gut sieht gut aus hör mal mädel ich weiß nicht was genau du im schilde führst aber danke hier fällt alles auseinander wir müssen etwas dagegen unternehmen ok ich sabotiere jetzt die äh cafeteria ich serviere anderes essen wo sind denn hier leute ich glaube die in den weißen leibchen sind patienten vor ein paar tagen habe ich meinen hund zur untersuchung hergebracht hoffentlich geht's ihm gut ok ich kann meinen knochen nicht spüren ist das normal äh du bist tot jim wenn er was richtig gut oder eklig blöd riecht sagt dir der nase schon bescheid so funktionieren nasen nun mal äh ich brauche noch patienten hallo nasenpatient ja das war sehr hühnchenartig hühnchen hab ich was mit hühnchen ja ich hab doch hühnchen oder äh sehr hühnchenartig ich hab doch irgendwas mit hühnchen fisch curry kummerbrötchen booyabees ne glasierte karotten gegrillte pilzesurf thunfisch tataki kurz angebratenes gemüse honig schinken birnenchotlet syrströmming ich hätte gerne was was gibt hustenbongen sind auch nice äh garnilentempura pfannkuchen oh ich krieg langsam hunger oder geben wir auch die die auch gegrillten fisch ahornlachs alter essen also zwiebelringe kriegt die keine die sind zu wertvoll gebratene krebse na schön ich geb auf ich werde jeden fraß essen den du gebracht hast ist mir inzwischen völlig egal oh echtes essen wann hast du also doch auf mich gehört warte nur bis ich josephine davon erzählt habe hungersteigs funktionieren also doch hey du wie heißt du wo kommst du her was ist deine lieblingsfarbe träumst du nachts was machst du später hilfst du leuten hast du einen hund warum hast du bloß eine katze magst du keine hunde wurdest du schon mal von einem hund gebissen ist das der grund liegt es daran dass sich die bisswunde entzündet hat ist dein arm in ordnung richte riecht dein arm vielleicht komisch kannst du mit dem linken auge noch sehen bist du jetzt blind siehst du punkte wenn du das auge schließt hast du dich im krankenhaus untersuchen lassen bist du deshalb gerade hier ja oder nein ich geb dir erstmal was zu essen dann stellst du vielleicht keine so blöden Fragen mehr nimm einen salat njam 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 dieses essen ist super und hallo jokey so ich hab ihnen essen gegeben also jacky sieh an du bist wieder da jokey wie geht's dir hast du deine visite abgeschlossen hab ich weißt du ein paar kleine vögelchen haben mir was erzählt jacky heute schmeckt das essen viel besser jacky es fühlt sich nicht mehr so an als würde ich auf welcher auf welcher pappe herumkauen jacky ich konnte heute zum ersten mal seit wochen ordentlich auf die toilette gehen gute arbeit stelle gute arbeit ja ich weiß schon du hast es nur gut gemeint aber wenn du weg bist und dich auf deinem kleinen kreuzschiff amüsierst wer wird sich dann hier um den laden kümmern müssen wer wird angemault wenn diese leute hier kein schickes essen mehr bekommen der alte jacky natürlich na gut na gut ich das ist nicht deine schuld ich weiß du möchtest dir immer nur helfen und das hast du auch getan niemand beschwert sich mehr über zu wenig essen aber ich muss wieder zurück an die arbeit danke für deine hilfe bis bald stinker jobs dann alles bestens alles super hast du freitag was vor ich frag für einen freund so damit haben wir ausverkauft ausverkauft versteck mich suchbild eventuell bienen holen ah unser 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 händler ist wieder da wir machen jetzt aber nur ganz kurz hier die äh warte 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 hier so wir machen einmal wieder quark und einmal käse käse das ist doch nur faule milch stopp ich habe hunger du magst schlichtes essen sollst du haben schlichtes essen gesund anregend exotisch gehoben altmodisch nachtisch seelentröster anregen widerlich exotisch schlicht warte mal stopp schlicht 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 gib mir eine schlichte Mahlzeit frühstückschlicht sehr gut er will nicht geknuddelt werden so du hast keinen hunger aber du hast geknuddelt eventuell bienen holen ähm ich glaube nämlich dass der dengel am freitag bock hat nochmal in die in die beta reinzuschauen und er hat am freitag Zeit zwiebelringe so was sind das nächst bessere so was haben wir hier rindfleisch und fett habe ich rindfleisch ja ja und fett wo ist das fett wo ist das fett jetzt gibt es mir wo ist das ich müsste mal Oliven stampfen äh ich wollte kein steak dann machen wir halt mal dann machen wir das nächste Rezept Sauerkraut Sauerkraut und Schweinefleisch das geht äh Schweinefleisch und Sauerkraut läuft nein etwas neues heute ist ein Glückstag eine neue Besorgung schau sie dir an äh nein Besorgungen was bedrohliche Schafe was ich brauche zwei Leinenfäden ganz dringend äh das gebe ich ab 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 hab ich noch kriegen nochmal zwei Leinenfäden zusammen also ich will wissen was das ist kriege ich Leine nein blätter drin schwalbensprung schwalbensprung echt schwalbensprung wenn die Server mitspielen wäre ich später schon dabei sehr gut so was ist denn das was ist denn das bedrohliche Schafe bedrohliche Schafe bedrohliche Schafe bedrohliche Schafe what the fuck ich trink mal für Dengel cheers ich kann hier auch mal das ganze Ding an so ein Tant wieder verkaufen bis auf die Schuhe die brauche ich für Leim die Rinderlizenzen behalten wir so dann kaufen wir von ihm noch Schuhe ein so äh mein Pager vibriert ja wie denn wie war denn das wie geh denn da ran fuck wie war das werd verrückt Leute weg hilf bitte ok wir fahren jetzt nicht weg wir kümmern uns hier nur ganz kurz ein bisschen um unser Zeug und dann helfen wir wieder Jackie ich glaube nämlich tatsächlich wenn ich das nächste Mal wieder auf dem Schiff bin dann pfeift mich Jackie gleich wieder zurück aber gut dann helfen wir eben Bartmann hilft wo Bartmann gebraucht wird so so wir müssen jetzt zumindest um unsere Plantagen Zwiebeln auch Zwiebelsamen ganz dringend das Gute ist ich muss mich nicht um irgendwelches Gießen kümmern hier im Regengebiet die Königin der Totenköpfe betritt die Bühne also schnell den Kopf einziehen feiert sie mit einem großen Handgeklapper ihr lieben Leut Hallo Tico einen wunderschönen guten Abend wie geht es dir äh ich werde gebraucht ich verabscheue mich ich lass den Dengel wieder her also tüdelü so da bin ich wieder Bartmann meinte ich soll bei Jackie wieder helfen und hi Jessie äh Quatsch hi Tico hi Joki servus na alles gut Joki sag mal äh hast du am Wochenende Bock am Freitag nochmal in die Beta reinzuschauen also ich hatte es auf jeden Fall vor weil ich habe Freitag noch Prinzessinnen frei und würde da auf jeden Fall nochmal reingucken weil ich bin mir nicht sicher ob sie jetzt tatsächlich den äh Totenbeschwörer und den Druiden einbauen in der nächsten Beta Phase ansonsten habe ich ja noch einen Hunter zum Spielen das heißt da lol schön durchmischen hier also die Bäume sind auch fertig ne eigentlich müsste ich eine zweite Küche hinstellen so für die Massenproduktion aber ich glaube das ist dann zu viel des Guten ich finde die Musik von dem Händler so geil äh äh kelle läuft noch dann ist es nur noch hier die Mühle Nach Sonnenuntergang stehen die Chancen ganz gut. Kann dann aber halt zwei Stunden Warteschlang geben. Also, wenn ich daheim bin, dann werde ich mich einloggen. Jetzt ist es fertig. Ich komme auch nicht zu Jackie, weil, Alter, ich bräuchte eigentlich so einen Knecht, der hier nur auf dem Schiff das ganze Zeug macht. Und es gibt Leute, die machen das leidenschaftlich gerne. Story, pff, da scheiße ich drauf. So, das will ich aber Lilly noch mal drücken. So, lass dich knuddeln. Ich finde den Charakter so cool animiert mit diesen Schmetterlingen. Vielen Dank. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020